Ha! Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer heutigen Folge von Paper Mario. Ich wollte gerade Harry Potter sagen, ich weiß auch nicht warum. Wir sind auf jeden Fall gerade im Pilzpalast angekommen und hier fressen böse, böse Pappmaschee-Gumbas die Welt auf. Warum auch immer. Sogar da oben auf dem Haus ist einer drauf und er beachtet uns gar nicht. Und deswegen hau ich ihn natürlich, diesen blöden, blöden Pappmaschee-Gumba. Oh, er ist, er ist sauer. Oh, ah! Ist er sauer auf mich? Hilfe! Bitte lass mich in Ruhe. Oh, Treffer, es klappt. Äh, ist das jetzt ein Boss? Muss ich den noch mehr besiegen? Oh, Alter, ich kann ihn einfach kaputt machen, sagste? Kann er mich auch auffressen? Okay, das ist ja richtig krasser Gameplay-Shit hier. Alter, ich hab ihn einfach vernichtet. Die verwundbare Stelle auf diesen Pappmacho. Ha, Soldaten. Pappmacho versteht ihr wegen Pappmaschee, aber das ist ein Pappmacho. War also das Siegel meines Bruders, das sollten wir uns merken. Ich hab auch schon gesehen, es gibt angeblich einen Boss, wo das nicht so RPG-mäßig hin und her ist, sondern wo man sich auch bewegen muss und jumpen an und so. Da freu ich mich auf jeden Fall drauf. Auf jeden Fall. Was wollten wir hier nochmal gleich? Bei der ganzen Aufregung hab ich alles vergessen. Ja, stimmt. Letzte Paper Mario Folge ist auch schon ein bisschen her. Die standen hier quasi jetzt ein paar Tage einfach rum, weil ich ja nicht speichern konnte. Und ich konnte auch kein anderes Spiel spielen, weil ich nicht gespeichert habe. Das war sehr belastend. Ach, stimmt. Ja, wir müssen den Ort finden, wo der Pülspalast gestanden hat. Und die Mütze von Luigi, weil meine Mütze stand seiner Mütze sehr nah. Also das Tor gleich da drüben. Sehen wir uns das doch mal an. Sollen wir uns nicht erstmal noch um die anderen Riesenmonster kümmern, nicht? Na gut. Äh, also erstmal werden wir natürlich speichern, damit ich auch mal wieder andere Spiele anfassen kann. So. Und dann hab ich beim Schneiden noch gesehen, dass ich leider ein paar Sachen vergessen habe. Deswegen werd ich jetzt nochmal ein bisschen backtracken, aber davon kriegt ihr ja nicht mit. Und zwar ist mir zum einen aufgefallen, dass hier natürlich die Blumen fehlen. Und deswegen dachte ich, dass da vielleicht ein Tod ist, aber anscheinend nicht. Was hat das denn dann für ein Bewandtnis, dass da die Blumen weiter fehlen? Ah, so. Man muss von unten gegenspringen. Und das ist nämlich, glaube ich, auch dann ein Tod. Hallo, du kleines Blümchen. Du siehst gar nicht aus wie ein echtes Blümchen. Yeah. Haben wir noch einen Zuschauer mehr? Ah, mir war langweilig. Schon bin ich aufgeblüht. Eine ganz neue Erfahrung. So, das war Nummer 1, was ich machen wollte. Nummer 2. Ich hoffe, das geht überhaupt noch, aber sieht gut aus, weil man kann hier immer noch ziehen. Denn bei dem Memory... Nein. Ach doch, das Memory ist trotzdem noch hier. Wenn man das Memory hier macht, dann hat man am Ende einen Stern bekommen. Und beim ersten Mal, als ich hier war, war ich halt völlig verwirrt. Hä, warum kriege ich einen Stern? Was bringt das? Und der ganze Wald war einfach richtig, richtig komisch. Aber mit dem Stern muss man natürlich hier durch diese Stacheln einfach durch. Und man hatte da vorher schon mal gesehen gehabt, dass da eine Kiste ist. Und die möchte ich mir natürlich snacken, weil da ist bestimmt irgendwas richtig krasses drin. Ja, guck. Einfach die Nummer 1 der Pilzpalast. Da haben wir den Pilzpalast gefunden. Sind wir nicht gerade auf der Suche nach dem? Jetzt haben wir ihn. Den platzieren wir jetzt einfach da gleich hin. Und dann haben wir das Spiel quasi durchgespielt. Oh, wenn du Meister Edelwuchs gerettet hast, bist du sicher genauso stämmig wie er. Ha, und diesen Wortwitz hätten wir sonst auch nicht mitbekommen. Siehste, hat sich doppelt gelohnt. Aber ja, das waren quasi die beiden Sachen, die ich jetzt noch kurz machen wollte. Hat ja jetzt auch nicht so lange gedauert. Und hier hinten sieht das schon wieder aus, als wenn hier irgendein Toad versteckt wäre. Nope. Aber hier ist ein Geheimgang. Oh, das bringt tatsächlich was. Hallo, kleine Kiste. Oh mein Gott, so viel zu entdecken in diesem Spiel schon wieder. Was haben wir da? Nummer 2? Ne, Nummer 4. Du würdest jetzt aber nicht sagen, dass ich schon zwei andere Mini-Schätze nicht bekommen habe, oder? Pilzpalastfackel. Ob man die auch irgendwo angucken kann? Keine Ahnung. Kann man vielleicht irgendwie in den Garten hier einbrechen? Nö, in den anderen Garten leider nicht. Kann man dann ins Rathaus rein? Ist da vielleicht Eugene drin? Der Eugen? Oh, was ist das hier? Das Museum, gell? Ja, betreten. Ah, so viele Röhren! So was hast du bestimmt noch nie gesehen. Nee, ich als Klempner und vor allem als Mario kenne ich gar nicht, was sind Röhren? Warbröhre. Ja, ich denke, damit kann man dann in die verschiedenen... Geht das schon? Das Ende der Röhre ist durch irgendetwas blockiert. Ja, deswegen bin ich auch Klempner, damit ich die Röhren freimachen kann. Och Mann, Mario, du hast sogar einen Hammer dabei und trotzdem kann er nichts. Okay, es gibt wahrscheinlich dann sechs Welten, die man bereisen kann. Naja, alles noch nicht offen. Okay, wir müssen anscheinend erstmal den Dude, der hier am Arbeiten sein tut, finden. Aber den haben wir anscheinend noch nicht. Supermarino, das legendäre Schiff von Kapitän Teout. Teout, Teout, Teout. Gut. Guck mal, da haben wir doch sogar so eine Röhre. Oder ist das eine andere Röhre? Ich gehe einfach mal rein. Orangene Röhre. Hört mich nirgends wo hin, weil der Weg blockiert ist. Alles kaputt hier. Die brauchen mal einen guten Klempner hier. Okay, anscheinend bringt mir das gar nichts. Da oben ist auch noch eine grüne Röhre. Aber anscheinend darf ich hier nichts machen, außer wirklich zum Tor zu gehen. Aber was ist das? Die Brücke zum Tor ist kaputt. Wie kommen wir jetzt in den Pilzverlust? Wir können schließlich nicht einfach in eine Röhre hüpfen und durch den Untergrund bewegen und auf der anderen Seite heraushüpfen, oder? Doch, genau das, Olivia. Lass uns das tun. Und wie der Zufall so will, ist hier sogar eine Röhre. Oh, und die hat sogar ein Ende. Guck mal, da ist ein kleiner Schallgeier. Ob man den auch befreien kann? Das ist aber die falsche Richtung. Hat schon mal geklappt auf jeden Fall, aber leider sind wir auf der falschen Seite rausgekommen. Tja, dann weiß ich auch nicht. Haha, da hat man eine riesige Zunge da hinten. Das hier sieht so aus, als wenn man hier weitergehen könnte. Danke erstmal für die Schnipsel. Weil da will der Olli wieder nicht, dass wir da durchkommen. Aber ich kann es natürlich einfach abreißen, denn ich bin der Abreißkönig. So. Und das bringt uns da jetzt wohl auf die andere Seite. Oder? Nee. Das führt einen auf die rechte Seite zumindest. Aber hier wäre ich auch einfach so hingekommen. Okay, das sind einfach nur Fast Travel Rühren. Aber so richtig was bringen tun sie mir nicht. So, du Papasche-Typi. Hier, du stirbst jetzt. Oh, 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 da ist er traurig. Da ist er traurig. Ich war es nicht. Zack. Na, du es. Das ist aber schon mal witzig, dass man nicht so richtig RPG-mäßig gegen die kämpfen muss, sondern tatsächlich in der Overworld gegen die kämpfen soll. I like this one. Tja, dann besiegen wir die einfach. Greifen die mich auch so einfach an, ne? So, Sticker gelöst. Sollte er jetzt nicht eigentlich lieb sein, weil ich ihn von seinem bösen, bösen Bann befreit habe? Aber scheinbar nicht. Ja, ja. Mach du mal. So, ein letztes Mal noch. Da haben sie so viel Arbeit da reingesteckt, so ein Origami-Pappmaché-Gedöns zu bauen und ich mach die einfach kaputt. Ich bin schon ein ganz schöner Fiesling, muss ich sagen. Dann hätte ich gerne einen Kaffee. Hallo, ich bin Mario. Ich hätte... Oh, ist so laut? In Ordnung? Ich mach's wieder drin gemütlich, bis diese Dinger da draußen Geschichte sind. Naja, ich könnte dir schon was von dem Kram hier verkaufen, wo ich schon mal da bin. Ach, was soll's. Mir gehört schließlich nicht. Bitteschön, eine Kostprobe geht aus Haus. Aber nur das erste Mal. Oh, ein Hasen-Espresso und einen Schildkröten-Tee. Auf so einen Hasen-Espresso hatte ich schon Bock, so. Oh, lecker Schmick. Oh, bleib. Danke und jetzt die Leine. Wie danke? Ich hab zu danken... Oh, ich hab'n Buff. Ich hab'n Buff. Ich bin schneller unterwegs. Okay, das ist schon mal geil, dass es hier so Buffs gibt. Auch in der Overworld. Ist auf jeden Fall neu. Guten Tag. Eins von diesen Essen ist doch bestimmt ein Toad. Nein? Warum nicht? Hallo Gegner. Ich möchte nicht gegen sie kämpfen. Scheiße. Na gut, da kommt hier aber ein bisschen Spannung rein. Okay, die sind aber... Jetzt sind sie nicht mehr nett angeordnet. Eben waren sie noch nett angeordnet. Doch, doch. Das ist immer doch sehr, sehr einfach. Ich glaub' immer noch nicht klar. Diese Kreise sind immer in der falschen Richtung. Und ich weiß nicht, ob ich das noch irgendwie umändern kann. Ich hab' auf jeden Fall in den Optionen nichts gesehen. Und bitte... Nein. Okay. Ich krieg' das nicht hin, in dem richtigen Moment A zu drücken. Weil ich ein Dummkopf bin. So. Mit dem Hammer hab' ich das auch noch nie hinbekommen. Rot. Nee. Hä? Muss ich nochmal A drücken? Muss ich A gedrückt halten? Was muss ich tun? Ja! Aber das Publikum ist schön. So, aber rechts ist bestimmt ein Toad drin. Hallo? Nee, Schnipsel. Toll. Wo sind denn meine kleinen Toads? Ich vermisse Toads. Toad, bitte melde dich. Mario. Vermiss dich ganz doll. Du bist bestimmt ein Toad. Tatsächlich, hier ist der Toad. Siehste? Hab ich's doch gewusst. Ich dachte gerade, die Stühle haben auch Gesichter. Aber haben sie gar nicht. Sieht nur ein bisschen so aus. Oha. Guck mal. Hier kriegt man garantiert noch eine Fähigkeit, dass man da irgendwann rüber gehen kann. Aber es landet ein Chat auch erst für später. Oh, das wär cool, wenn man sich auch wieder so in so einen Papierflieger verwandeln könnte und so. Tja, ich bin ein bisschen überfragt. Ich muss anscheinend irgendeine Röhre finden, die mich da rüber bringt. Vielleicht kann mir ja der Schreiger helfen. Hallo! Das ist schon süß. Hey, danke für die Hilfe. Du kannst ein gut bei mir. Hm, eigentlich könnte ich mich ja direkt bei dir revanchieren. Mit Informationen. Falls du zum Pilzverlass willst, steig doch einfach in den Kanal da drüben. Guck, mussten wir dir tatsächlich helfen. Den hier. Und was steht hier noch? Graffiti Kanäle Eingang Toad Town. Alles klar. Nutzen wir mal einen anderen Kanal. Ah, ich vergaß zu erwähnen, dass du einen speziellen Haken brauchst, um da runter zu kommen. Ein Freund von mir hat ihn gerade, glaube ich. Er ist ein roter Shy Guy wie ich, aber nicht ganz so hübsch. Haha, ich bin hier drüben. Das wäre da aufgefressen. Bitte hilf mir. Das ist gar keine Zunge. Ich dachte, das wäre eine Zunge. Aber das ist einfach ein Shy Guy. Also da ist Paper Mario echt knuffig, oder? Ich find schon. Komme zur Hilfe. Muss ich wohl durchs Fenster hüpfen. Wie ein echter Ninja. Im Namen des Gesetzes von Toad Town befähle ich ihn, diesen komischen Shy Guy freizulassen. Und zwar auf der Stelle und mir keine Leben abzuziehen. Und zack. Achtung, Explosion. Nein, bitte nicht auf meinen Kopf. Okay, danke. Wie süß die immer hinfallen. Oh, ein Gruschnitz. Ah, wenn es irgendwie gelingen konnte, den großen und widerwärtigsten Kumpel überhaupt zu besiegen, dann dir, Mario. Warte mal, du bist rot. Gut, genauso wie der Shy Guy, den wir vor kurzem getroffen haben. Aber nicht ganz so hübsch. Die sehen eins zu eins genauso aus. Was bist du für eine Bodyshaming-Tante, Olivia. Also, hast du vielleicht das Ding, das man braucht, um den Kanaldeckel zu öffnen? Hä, nicht ganz so hübsch? Keine Ahnung, wovon ihr redet, aber den Haken habe ich gerade nicht bei mir. Seht mal am Hafen mit dem roten Backsteingebäude nach. Da sollte er noch liegen. Ich werde nicht mehr hübscher und ihr kommt den Haken nicht näher, wenn ihr nicht zu dem roten Backsteingebäude zum Hafen geht. Ach, macht ja nix draus. Jeder ist auf seine eigene Art und Weise hübsch. Wenn nicht äußerlich, dann doch zumindest dienerlich. Ah, der meint das hier. Rotes Backsteinhaus am Hafen. Hallo, hast du das Ding? Ob da was drin ist, könnte sein. Dieses gefalte Gestalten, die haben hier ewig lang rumgewerkelt. Na dann, lass mich mal hauen. Zack, zack, zack. Nochmal, haut drauf, haut drauf. Weiter so. Ja, meins. Hä? Ich mach das, kein Ding. Ich hab Pfaltarme. So, wo denn? Wo denn? Was soll ich machen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hallo? Da oben. Ah, die Ecke. Wah! Nochmal. Die Ecke. Und ziehen. Oh, eine weitere Tür. Wo uns die wohl hinführt. Bitte nicht nach Narnia. Oh mein Gott, gegne! Ja, von mir aus. Hallo? Super easy. Einfach mal 560 Money bekommen. Ach, das waren sogar beide. Okay, ich dachte, ich müsste jetzt gegen beide Einzelnen kämpfen, aber scheinbar nicht. So, was geht hier ab? Wir können natürlich ein paar Sachen kaputt machen. Da haben wir... War das nicht das Ding? Hä? Ah, nee. Das sind irgendwelche Schrauben, die hier runterfallen. Okay. Das ist so eine Bühne, die eigentlich nach oben gehen müsste, oder? Oh, lol. Das ist voll nice, dass man hier mit der Umwelt so agieren kann. Das finde ich richtig gut. So, und hier muss... What the fuck? Wo ist denn jetzt das Teilhiel drin? Zurück? Wofür ist diese Kiste? 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 Kann man mit dir was machen? Hallo? Mario, siehst du was? Was sehen deine Adler Augen? Einmal nix. Da, oben links! Ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's, Leute. Aber komme ich da auch hin, ist die andere Frage. Ha! Okay, mit dem Herzensprung ging das doch. Krieg ich sogar noch ein Item. Und den Haken des Kanaldeckels. Mit dem Kanal Haken. Sollte das ja jetzt richtig easy gehen. Zack, auf. Und rein mit uns! Ui! Ob wir jetzt in der Kanalisation sind? Und da auch mit... Oh, ja, tatsächlich. LOL! Das sind die Graffiti-Kanäle. Ich habe ganz kurz in das Video eines anderen YouTubers reingeguckt. Der war in den Graffiti-Kanälen original in Folge 11. Das ist jetzt meine dritte Folge und ich bin hier schon. What the fuck? Wie viel schneide ich bitte raus? Naja, nur mal so... Bei mir kommt die Schnelle durch, Leute. Ich spamme zwar nicht meine Videos, aber bei mir kommt die Schnelle durch hier. Oh, ganz schön dunkel hier. Warum scheinen alle diesen Ort zu toll zu finden? Kannst du Licht anmachen, Mario? Sonst tappen wir hier weiter im Dunkeln. Aber da sicher doch. Guck mal, da ist sogar extra ein Schalter. Oh, wie süß. Sogar die Kanalisation will, dass wir ein tolles Paar sind hier. Ich und Peach. Wir beide. Ah, die Musik ist jetzt sogar anders. Okay, sie bleibt aber auch anders. Das ist ja witzig. Davor war alles so ganz still und man hat da jetzt drauf geduddelt. Dann war die Musik anders. Sieh mal, da ist ja jemand. Wer ist da? Oh, das ist bestimmt der Museum, Fuzzi. Oh, vertrefflich, ich bin gerettet. Oh, Mario, ich muss mir die Flucht hierher antreten, um mich vor diesen grässlichen Fallschirmen zu verstecken. Verrögen, ich sollte mich mal vorstellen. Ich bin der Kurator des Myko-Museums von Tohtown. Wir verfügen über eine herausragende Kollektion an Objekten, Musik, Schätzen, Origami und anderen erstaunlichen Dingen. Man mag es kaum glauben, dass sogar das legendäre Seelgefährten amizubar Marino befindet sich in unserem Besitz. Darf ich die Bilder mit deinem Besuch rechnen? Das Museum ist geöffnet. Selbst mit all dem origamisierten Verbrechen in der Stadt. Origamisiertes Verbrechen. Ich liebe Nintendo für ihre Wortwitze. Museum? Marino? Ich versuche mir lieber diese Worte, als das Gesicht dieses Tohts zu merken. Ihr es immer näher gekommen ist. Ich konnte mich auf nichts anderes konzentrieren, aber seine Worte waren vielleicht wichtig. Wollen wir uns dieses Museum in der Stadt mal ansehen? Ja, ein andern Mal, ne? Wir gehen jetzt erstmal Toad City retten. Pam! Oh, liegen die gleich auf mich zu, wenn ich mich bewege? Habe ich ein bisschen Angst? Ja! Okay, Angriff! Ich hätte wahrscheinlich auch einfach weglaufen können, aber neue Gegner gucke ich mir natürlich an. Zack! Vier Damage gemacht! Jetzt sind die wütend! Was? War das schlecht, dass ich die angegriffen habe? Okay, das ist auf jeden Fall super easy zum Anordnen. Einfach zwei Vierer rein. Ich weiß jetzt natürlich trotzdem nicht, wie viele Leben die haben. Was bringt mir das, dass die jetzt wütend sind? Ist das gut oder schlecht für mich, dass ich jetzt den Erstschlag gemacht habe? Ich bin mir halt echt nicht sicher. Und ich habe keine Ahnung, wann ich A drücken muss. Wirklich nicht. Einfach gar keine Ahnung. Und so langsam sollten vielleicht auch mal mehr Angriffe kommen, oder? Außer... Oh, den letzten Mal habe ich getroffen. Außer immer nur Springen und Hammerattacke? Wäre schon mal ganz toll. Und ja, weiß ich nicht. So ganz anders als die Gumbos waren die jetzt auch nicht. Außer, dass sie fliegen konnten. Also die hätte man jetzt halt nicht angreifen können, wenn sie... Hallo. Ich kämpfe auch gerne gegen euch. Dann hätte ich jetzt nicht mit dem Hanno angreifen können, weil sie halt in der Luft sind. Heißt, wenn die so einen Vierer bilden, dann ist Scheiße für uns. Und jetzt bin ich auch schon wieder verwirrt. Ich habe keine Zeit. Was muss ich machen? So. Und einfach so. Okay, das war ja einfach. Und dann springen wir die einfach zu Tode. Wey! Wir haben fast die 10.000. Dafür gibt es bestimmt eine Errungenschaft. Wahrscheinlich nicht. Bin ja mal gespannt, wann ich mein Geld endlich mal einsetzen werde. Weil bisher haben sie mir nicht mal gesagt, glaube ich, dass ich die Toads zur Hilfe bitten kann. Aber dieses Rätsel-Sachen hier am Anfang finde ich schon immer ganz schön witzig. So, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Der kann so... Okay, war doch nicht so schwer. Einfach wieder zwei rein und tot stiefeln. Aber die Kämpfe gehen wenigstens schön schnell. Also man wird mir angegriffen, aber macht ja nichts. Ich würde halt gerne mal eigentlich so ein bisschen meine Verteidigung auch ein bisschen verbessern, wenn ich ehrlich bin. Aber bisher hat sich nur einmal, einmal wurde ich angegriffen. Da hat sich die Gelegenheit dazu geboten, aber mehr nicht. Hey, man kriegt so viel noch Herzen. Dankeschön. So, und was diese roten Augen da sind, gucken wir uns in der nächsten Folge an, wo wir dann landen. Würde ich sagen, was ist das mit dieser Folge? Danke fürs Schütteln, Leute. Ich werde die Folgen jetzt ein bisschen kürzer machen. Dafür kommen die dann aber hoffentlich täglich. Ist das gut? Das ist gut. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.